ich wünsche allen einen schönen guten morgen und herzlich willkommen zu einem kurzen markt der die märkte setzen auf ein soft landing also nur noch eine wirtschaftliche verlangsamung die energiepreise vor allem in europa sind bereits deutlich zurückgegangen und das verbessert natürlich die wirtschaftlichen aussichten schauen wir gleich mal auf die charts den risikon war es gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfd ist erst mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche fangen wir mit dem s&p 500 an der marktbreite index erholt sich bereits seit zwei wochen und stößt jetzt aber auf starken widerstand nämlich das 61,8 prozent retracement von der vorherigen abwärtsbewegung und dort das auch noch die psychologische marke von 4000 punkten zu finden gehen wir rüber zum dax der dax hat sich bereits deutlich stärker erholen können und erreicht schon fast das 78,6 prozent retracement und zwar von der langfristigen abwärtsbewegung in der vorwoche wurde sogar die psychologische marke von 15.000 punkten geknackt wie sieht es beim euro dollar aus euro dollar ist in der vorwoche einmal über das dezember hoch ausgebrochen hat dabei aber auch bei der starken aufwärtsbewegung das hoch vom mai 2022 überwunden das paar notiert also auf dem höchsten stand seit april 2022 und hat mittlerweile die 108 marke zurück gewonnen gehen wir rüber zum net gas preis und hier sehen wir dass der preis in jüngster vergangenheit deutlich nachgegeben hat es gab jetzt eine vierwöchige verlustserie dabei ist der preis auf den tiefsten stand seit mehr als anderthalb jahren gefallen und gegenüber dem hoch vom august 2020 ist ein preisrückgang von knapp 65 prozent zu beobachten mehr hintergrundinformationen zu diesen entwicklungen gibt es in meinem video von heute morgen den link gibt es immer unten in der beschreibung macht es gut und bis zum nächsten mal